So, wir schauen mal, ob das hier funktioniert. Leute mit Plus haben jetzt ein anderes Erlebnis als die ohne. Witz und so kommt heute mit freundlicher Unterstützung von Squarespace. Nicht schlecht. Und zwar, wenn ihr eine Website haben möchtet, geht einfach mal zu squarespace.com. Ihr könnt dort eine Seite aussuchen, die ein Profi designt hat und die man nur sehr schwierig auch hässlich bekommt. Man hat eine Vorlage mit irgendwie großen Fotos, die man dort austauschen kann, aber die stehen trotzdem noch an einer schönen Stelle. Man hat wenig Chance, dass wirklich bösartig zu zerschießen. Man muss nicht irgendwie HTML und CSS einbauen. Es gibt Tools, die intuitiv und einfach zu benutzen sind. Wenn ihr ein ganzes Jahr nehmt, gibt es die Domain dazu. Alex sagt, auch andere Domains, nicht nur .com und .net. Auch den ganzen Batzen an Domains. Alle Domains, die es ja nicht alle, aber fast alle, die es dort gibt. Ihr könnt einfach mal eine kostenlose Demoseite euch anlegen. Die läuft dann für 14 Tage und wenn ihr dann sagt hinterher, jo ist gut, dann nehmt ihr den Gutscheincode BITS, B-I-T-S, für 10% Rabatt auf den ersten Kauf. Geht los bei 8 Dollar im Monat und ihr könnt dort eine Business-Seite, eine Portfolio-Seite für ein Restaurant oder was auch immer ihr sonst dort haben möchtet einstellen. Ihr könnt das ganze mobil bearbeiten, ihr könnt das gut bearbeiten, ohne an den PC zu gehen. Ihr müsst euch nicht drum kümmern, um Updates und Zeug, sondern Squarespace spielt das für euch ein, hostet das für euch und sie haben schon viele Millionen Kunden und viele große Firmen, die auch ihre Website Squarespace anvertraut haben. Einfacher wird's nicht. Ihr könnt 24-7-Support haben über die Website und habt eine schöne Seite, die immer online ist und schön funktioniert. Für die Test-Version braucht ihr keine Kreditkarte eingeben. Ihr könnt einfach direkt anfangen, eure Website zu bauen und wenn ihr dann soweit seid, nehmt ihr einfach den Gutscheincode BITS und dann gibt's 10% auf den Rabatt. Herzlichen Dank für die Unterstützung an Squarespace.